Also, das ist jetzt unsere letzte Rast, denke ich, bevor wir beim Hotel sind, sind noch 150 Kilometer, oder so, 150 Kilometer. Ich mache jetzt Fahrerwechsel, ein bisschen Sport, ein bisschen Humpelman. Weißt du, wir haben so 32 Grad gerade und ich mache einfach ein bisschen Sport. Ja, so sehen die Rastplätze hier aus. Alt. Auch nicht schlecht, ja. Also, das kann man sich merken, ne? Alt. Ist wie halt. Ja, wie gesagt, relativ solch hier. Ich hoffe gleich noch, dass es klappt mit dem Hotel. Ich bin dann noch so ein bisschen, ne? Nicole sieht das gelassen. Und ja, dann gehen wir gleich die letzte Etappe an Richtung Rom und zum Hotel. Und ich möchte einfach nur liegen. Okay, dann sehen wir uns nachher, ich denke, in unserem Zimmer. Ja, tschüssi.